So, willkommen. Hey, wie geht's euch? Mein Nachbar ist Case Freak. Ich kann nicht erwarten, dass er wirklich gut ist, weil er Case Freak heißt, ne? Jedenfalls ist er schon leider tot. Boah, der Arme, Alter. Es tut mir gerade so leid. Wir haben gerade eben alle, also die meisten, die gerade eben mitspielen, haben gerade einfach die ganze Zeit gewartet, bis sechs Spiele einfach in der Lobby sind, dass die Runde auch mal starten können. Aber, ähm, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Aber, dann sind halt irgendwann mal endlich welche reingekommen und jetzt wird er einfach innerhalb von zehn Sekunden als erster geförst rusht. Ja, aber das muss man halt von... Das Bett ist meins. Das Combat Sound, komm, kennen wir alle schon, haben wir alle miterlebt. Ähm, so, so, so. Die im Gelb wird leider jetzt auch schon ausschalten, Alter. Weil wir ja irgendwie gute Gegner haben, dauert es aber auch mal. So, tschüss. Ähm, hier. Äh, selten erlebe ich, dass man auf Gomme wieder gute Spieler sind. Also, natürlich, die aus meinem Kern müssen ja gut sein, sonst werden ja sofort gekickt, Mähere da und so. Das hier ist ein Mähchen, ich kann auch nicht unbedingt erwarten, dass die gut ist, das tut mir leid. Ja. Das tut mir wirklich nett. Wir haben jetzt alle gewartet, bis endlich mal sechs Spiele in der Lobby sind. Und, ja, muss man halt erwarten, wenn man ein Diktator in der Runde ist, ne? Und du, Stevie, bist du auch weg. Alter, was sind das hier für Gegner auf einmal? Okay, das ist eine der komischsten Runden, die ich je gespielt habe. Und das war schon der Letzte. Ja. Alter, ich guck. Die waren alle einfach in der Base und haben gar nichts gemacht. Das war die komischste Runde. Ja, egal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es nicht unbedingt so spektakulär war. Ja, ich bedanke mich wirklich herzlich und wir sehen uns morgen, 13 Uhr. Bis dann. Ciao.